Die Verhandlungen sind gescheitert. Klären Sie das. Ich habe einen Auftrag. Es ist wie bezahlter Urlaub. Ab wann? Los, los, los! Offiziell ist er einfach durchgeknallt. Entweder du sagst mir jetzt, warum ihr mich verraten habt, oder in zehn Minuten, wenn du meine Hände an deiner Kehle spürst. Hey, Wire. Ich habe noch nie eine Frau umgelegt. Betrachte sie einfach nicht als Frau. Das wäre ein Fehler.